Und wieder hier raus. So, was wolltest du eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Pommes? Die ist halt schon gedrückt, gell? Vielleicht ging das jetzt auf, genau. Probieren wir's nochmal. Wenn eigentlich viele Pommes kommt sofort, äh... Es war ja einfach. Ihr seid so sarkastisch. Ey, es war doch einfach. Ja, laut, dann ist doch Müll. Okay, jetzt kann ich diesen einen schon wieder zurückfehlen. Aber der war ja gar nicht, oder? Der war eins, zwei da vorne dran. Ey, ich hab keine Ahnung mehr. Doch, 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 hier war der. Beim Starbinner. Dann hab ich ja wenigstens schonmal was erreicht. Ja, es ist ja nicht so schlecht. Boah, ich geh mir so auf den Geist, ihr hulass! Boah, was habt ihr für Hammer da? Was hab ich jetzt hier? Und gib nicht mal irgendeine Honegwebe. Sehr wunderbar. So, komm her! Ich bin doch so schlecht. Mann, 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 Mann. Das Spiel schafft einen. Na, na, na. Komm schon. Ist doch ein Witz jetzt. So. Und einfach hier drauf. Danke. Der Chinch ist wieder ein Fake. Wo ist jetzt der Eisbär aus dem Freezy Peak? Der war hier auf jeden Fall. Da ist er. Boah, jetzt kommt der wieder. Boah, dreht voll durch. Also, das ist irre. Komm her. Wow, du hast Pommesfried, das geht mir, Bärche. Bitte, bitte, bitte. Äh, ja, habe ich. Mach hinne. Jetzt brauche ich noch einen Hamburger für den anderen. Dann fehlt mir noch der dritte. Voll die falsche Stimme für so eine Lady. Kriegt irgendwer, als hätte sie es so trennen. Ja, rennen. Ist ja nicht so, als wäre es nicht so, als wäre es gefällige Monster rumlaufen würden. Wo laufe ich eigentlich lang? Ich war hier schon mal, aber da will ich gar nicht hin. Und diese blöden Kassen gehen mir so auf den Geist. So, ich gehe jetzt einfach mal hier in die Mitte rein. Hier war ich doch gar nicht, oder? Ich habe irgendwie nicht die Erinnerung. Oh, was ist das für ein Fisch? Ach, den kennen wir da. Aus Benjo-Katsui. Erst die Eintrittskarten. Vier Karten für Kongo das Zelt. Okay, dann suchen wir sie eben. Oder wir gehen so rein. Nein, geht natürlich nicht. Okay. Dann haben wir schon wieder eine neue Aufgabe. Aber irgendwie komme ich hier nicht so weiter. Das Level ist nicht so, einfach zu sich schauen. Gucken wir mal hier. Das hatten wir ja schon, oder? Ne, das ist was anderes. Das sieht irgendwie aus nach einer Löwenarena oder so. Komm ich hier irgendwie hoch? Ne, dann muss ich irgendwie von oben kommen. Da kann ich aber hochkleidern. Jawohl. Und schon... Geht's noch höher? Scheinbar nicht. Ich höre aber einen Shinjo, der garantiert wieder ganz oben ist. Wie immer. Oh yeah. Und da auch noch. Okay, zuerst zu dem. Ach, neeein. Scheiße. Gleich nochmal. Du, 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 du. So, jetzt aber. Und... Los. Jetzt. Na. Boah, das ist doch so gemein. Ich glaube, das ist extra so gemacht worden, ob es nicht geht. Egal, aber auf die andere Seite komme ich. So, ein Weakwam der Tusse. Um mich verwandeln zu lassen. Aber mir fehlt noch so ein Clowbow, glaube ich. Ähm, wo war das jetzt? Hier. Okay, ich glaube, da komme ich aber gar nicht hin, oder? Äh, was ist das? Ich habe keinen Plan. Wie soll ich hier denn weiterkommen? Na, wieso hält er sich nicht fest? Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Aha, boah, bin ich blöd. Da geht's doch noch... Ne, gar nicht. Haha. Doppelt blöd. Okay. Ich muss irgendwie... Ich muss hier jetzt festhalten können. Ah, geht doch. Na, toll. Ganz toll. Boah, ich brauche Energie. Fick dich, Alter. Ich habe die Faxen dicke. Ich schreck nicht bei einer Honigwabe, ey. Wenn ich auch einmal runterfalle, habe ich geloost. Und das soll nicht passieren, bitte schön. So, nochmal. Jetzt warten wir... Oh, falsch. Hoch, 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 hoch. So. Bitteschön. Und die Gegend keine Honigwabe, das ist doch... ...ne Frechheit. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Aha. Äh, aha. Was soll das bitte schon bringen? Da gibt's garantiert Hamburger. Und hier... Erstmal gucken, ob ich jetzt zu dem Ginger komme. Ne, das traue ich mich nicht. Das ist doch zu weit weg. Dann kriege ich derbe Probleme, wenn ich kaputt gehe. Immerhin. Drei leben schon. Beziehungsweise Honigwaben. Und renn. Oh. Okay. Runter. Ne, hoch. Jetzt runter. Tut sich nix. Toll. Es hat sich gelohnt bis jetzt. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? Doch. Puh. Ähm. Dann gehen wir uns einfach weiter. Und genießen die Aussicht. Von hier oben. Diese Schuhe wieder. Ich brauche diesen Move. Ich würde aber auch gerne schon mal fliegen, damit ich die Eier austesten kann in der Luft. So, dich holen wir gleich. Ja, ja. So, bin ich perfekt drüber. Dann komme ich jetzt hier runter. Perfekt. Aber das war vielleicht nicht so klug, weil ich nicht mehr hochkomme. Gibt's da noch was? Ich glaube, da gibt's... Äh. Doch, natürlich. Da komme ich ja nicht nach oben. Da muss ich das Ganze halt noch mal machen. Egal. Das Spiel ist klasse. Allein die Musik. Für jeden Spielabschnitt eine neue. Nur blöde Gegner hier, die keine Honigwaben geben. Ähm. Ich gehe jetzt zuerst mal hier rein. Bevor ich mich wieder dem alten Spielabschnitt zuwende. Und diesmal auf einer höheren Ebene. Ähm. Luftschloss Palisade. Oder Palisade. Äh. Das war so klar. Ich hab's mir gedacht. Die Welt der Fakes. Was ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ein Pf... Äh, ne. Eine leere Honigwabe. Mhm. Auf jeden Fall hab ich gesehen, da gibt's einen Move. Yeah. Und der ist bestimmt für die Schuhe gedacht. Na? Was zum... Nein! Äh. Wie viel brauche ich denn? Ich brauch doch noch 100 Zipps. 50, oder? Verstehe ich nicht. Ich hab 310. Vergiss es. Ach so, ich... Ähm. Hallo? Toll. Hm. Was mache ich denn jetzt? Erstmal... dich töten. Und dann... Und dann... Und dann... Das wäre auch zu einfach gewesen. Boing, boing, boing. Hm. Was ist jetzt los? Du machst gar nichts. 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 Lame. Aus hier. Hör. Nein. Ich habe mir 900-2-2 geshört. Ich habe mich behalten.